was soll ich denn sagen wer nimmt ein custom ich habe noch medikit bei mir wäre gut wenn einer von uns ein werkzeugkoffer mitnimmt medikit ich habe ein perk eine opfergabe das verhindert dass wir die sachen verlieren sehr schön sehr schön das mache ich rein dann nehme ich jetzt das beste was ich habe und wie komme ich in diesen blutdingern zurück oder wo kaufe ich das zeug nach müsst ihr mir jetzt mal sagen da hast du mal hast ja hier immer so blutding du kaufst du kaufst dir das alles was du meinst was du brauchst und sobald das alles voll ist steigst in level und dann kriegst du wieder neue neues gut genau ja aber wie kann ich denn den als das erste verkaufen immer wieder kaufen würde ich ihn verliere das ist das ist wirklich was du kriegst ich habe hier eine opfergabe erhöht deutlich das glück alle überlebenden so und was ist der perk der sagt ich will wir verlieren die sachen nicht den finde ich ja gut dann habe ich drin denn das habe ich schon drin das ist so lila noch also jetzt verlieren wir nicht unseren kram alles oder nur was bestimmt ist nicht alles so was hast du du hast ein werkzeugkoffer gut ich nehme das medikit ich habe medikit ich habe gummihandschuhe karte was bringt denn das oder warten du das mit wenn du den koffer mit ich ja ich habe eine krasse taschenlampe mit was bringen die karten karten ja regenbogen karte kenne ich nicht schaltet die fähigkeit frei die bodenluke auf die bodenluke im umkreis von 8 metern aufzuspüren schaltet die fähigkeit frei pillereigentum im umkreis von 8 meter aufzuspüren schaltet die fähigkeit frei die ausgangstore im umkreis von 8 meter aufzuspüren das ist gut das ist eine krasse ist vielleicht eine event item das ist auf jeden fall ein pinkes und äußerst selten ja 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 eigentlich kann ich das ja mitnehmen wir verlieren das ja nicht ja außer die opfer gaben weil die die runde aktiv ein stempel gestützt aus robusten helmen holz erhöht die reichweite der karten aufspüren zwölf meter verbrennungsgeschwindigkeit der karte ja dr ötker tweet bei eure meinung bei uns an erster stelle steht welche neue sorte wünscht ihr euch eigentlich nach der fischstäbchenpizza das geile ist dieser tweet wurde so gemacht dass nur die leute kommentieren dürfen die markiert die markiert drauf wurden dort dort hat einfach gar kein markiert die meinung ist uns wichtig ah ja censur laut ist wieder am start nice man jawoll bruder wie wäre es wenn die wartezeit immer länger ist als die 100 als die runde an sich ist das nicht so auch sehr gut ich finde man muss nur böse werden ja man muss einfach nur meckern jetzt will ich aber einen spruch hören hört die uns ja ne Michaela Reed sieht fresh aus ja mit ihr würde ich auch gerne vor dem killer flüchten wenn du mit mir gehen willst lächle kurz wenn nicht mach einen flickflack sie lächelt doch kurz die ganze zeit alter wenn ihr so ein scheiß schreibt ne das ist doch gut dass die dann raus geht alter die lieb ich jetzt einfach ja wir hatten letztens einfach gekriegt bratkartoffeln ja ich glaube das müsste mara sein och nö nicht schon wieder ey komm der killer ist cool nein man ey komm die ist erotisch sie mag schwimmen was mag sie schwimmen ja ist ihr hobby hast du gesagt richtig womit du ihr eine freude machen kannst ich kaufe ihr irgendwie Haarpflegeprodukte oder so deswegen ist sie auch so angepisst das ist weil ihre Haare fettig sind nicht fettig aber fettig fettig gestörten Abteilung da gehörst du hin oh yeah ich fühl mich gleich direkt heimspiel ey fühlt sich direkt zu hause warum ist denn mein controller aus ah lol ja das ist die ja ich sehe sie hier rumgeistern ja aber eine frage ja wo sind die fernseher kein empfang wow hi die hab ich gefunden doch schön ist hier irgend vielleicht ein generator den ich machen könnte ja tatsächlich ist hier einer warum immer die falsche taste ich hasse es großartiger check ihr beiden seid ja direkt verletzt ja sie ist hinter mir hi hörst du das nicht ich stehe auf einmal neben dir und dann ist gut du erschreckst dich auch minimal erst mal heil die sieht man auch nicht immer ja die flackert so ja ach das ist das ist ihr perk den sie rein macht ich habe gerade selber das messer in den magen gerammt ich habe medikit gefunden heil mich äh die gaunert die macht die katzenmacher bei mir ok ist die bei dir jetzt nicht mehr jetzt ist sie in eure richtung ich komme gleich bitte oder ohne audi ist egal nee sie ist wieder bei mir das ist eine kämpferin jetzt ist sie im haus oh bam alter perfekt ich komme ich bin nämlich im haus im haus oh mein gott die war auf einmal vor mir ja meine ich ja hinter dir ist hinter dir ist hinter dir run echt hab ich so erschreckt man oh ich hänge oh ich komm pass auf die ist da scheiße ok ich wurde gerade gerettet ich hoffe die holt dich ja versucht sie nicht repanieren nein heilen ja ich habe einen fernseher gefunden die habe ich gerade schon bearbeitet wahrscheinlich kann mich jemand retten bitte du bist so weit weg für mich ist jemand in der nähe da kommt jemand alles klar wie kann man mir echte scheiße ich habe die hände gewaschen gesinfiziert sie ist immer noch bei mir hier ihr habt zeit sie ist immer noch unter mir ja jetzt hat sie mich oh man aber ich habe euch ein bisschen zeit gekostet ich habe ein bisschen zeit gebracht ich hoffe die kommt nicht durch den fernseher jetzt dann hat sie mich ich werde aufgehängt und dann bin ich auch ziemlich schnell tot scheiße ich weiß sie ist safe hinter mir ich brauche mich gar nicht umsehen jetzt höre ich sie auch hat sie aufgegeben oder ist das nur ein fake guter ich finde nicht ein generator bisher die mich erschrocken schon wieder sie ist wieder hinter mir wie kann das sein man alter ich habe gerade mega den puls gekriegt gut ich habe sie geboxt ich habe einen generator sehr gut mehr punkte als underdog ja ich habe bisher auch noch nichts gemacht ich glaube ich habe sie abgehängt für einen generator macht denn gerade einer ich mache gerade einen ich glaube ich bin bei dir ja moin servus moin oh ne da ist ja auch ein fernseher ich beobachte den ok dann gucke ich woanders hin hätten die kommt gleich hier will ich wenn wir den fertig haben ja sehr gut kannst du schnell wegrennen alles gut das ist eine gute runde bis jetzt ich habe noch einen generator gefunden wo wie wo beim haus ja die frau macht den gerade oder ne im haus drin ah den habe ich gemacht ne nicht im haus wo denn die sie ist bei mir sie hat mich einmal geboxt komm doch er wie wo die ist hinter mir zu helle bin ich hier man der kuchen der flucht gewährt 100 prozent bonus kluftpunkte in allen kategorien das ist der kuchen lauf doch wenigstens man man ey die erschreckt einen immer von auf ok du hängst ich komme gleich ja dann kommt mir selbst dann bekannt vor ach war es schon zweimal bis jetzt zweimal bis jetzt ist heute mal danke dir mal was war das generator repariert im haus muss doch was sein muss ich höre was aber der läuft doch schon nicht schon wieder ne ne der läuft nicht doch ja wow wo hängt die bei mir in der nähe ich seh sie alles klar geh da hin kümmer du dich um generator ich muss wieder einen finden da hinten ist einer ach das ach der geht schon scheiße schwierig da hinten war noch einer ich habe ein geht zu dem den ich schon zum dritten mal jetzt versuche sie ist hinter mir ist auch schon gemacht was das war nicht der oder das war nicht ich bin ganz woanders meine orientierung verloren sie hat mich hier ist noch einer scheiße ich häng wo bist du ganz da hinten schon wieder mist aber die das mädel ist in der nähe vielleicht holt ihr dich ich hoffe doch ich mach dein gen jetzt nämlich fertig weil die ist hier nicht in der nähe ja sie kommt sie hilft mir sehr gut dürfte eigentlich nicht in der nähe rein oh f*** dich f*** dich f*** dich f*** dich f*** dich f*** dich siebenmal achtmal das wird lustig was ja was wohl oh komm schon der bin schon wieder ja und ich bin tot verlastend oh die war so gut die runde alter und dann wirst du zweimal hintereinander gepflegt von dem bastard sie ist bei mir jetzt hat sie wird den auch noch gesperrt da hat sie mich outplayed die kann man nicht blenden wegen den haaren oder was wahrscheinlich ich rasiere dir den kopf alter ja ich bin auch rot ja sogar dreimal am selben haken das ist schicksal dieser hier ich habe hier dieses undurchsichtige knallstück